Und dazu begrüße ich Donata Riedel vom Handelsblatt. Guten Morgen und Bonjour nach Berlin. Guten Morgen und Bonjour nach Bonn. Frau Riedel, man muss kein Prophet sein, um voraussagen zu können, dass gleich in der Debatte des Europaparlaments vor allem die Abgeordneten der Grünen und der Linken eine Menge Kritik äußern werden an dem, was der Sondergipfel der Europäischen Union am vergangenen Donnerstag beschlossen hat. Teilen Sie diese Kritik? Also ich denke, dass an diesen Beschlüssen vieles zu kritisieren ist. Und wenn man jetzt genau Herrn Tusk vorhin zugehört hat, sieht man ja auch, dass der sehr geprägt war von dem Misstrauen, das gerade in Osteuropa besonders groß ist, gegenüber der Aufnahme von Flüchtlingen überhaupt. Und das ist die Krux dieses Gipfels von vergangener Woche ja auch gewesen, dass er vor allen Dingen darauf setzt, zu sagen, wir müssen verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt nach Europa kommen, aber keine wirklichen Vorschläge dafür dann auch erarbeitet hat. Weil das Problem, was dem zugrunde liegt, ist ja, dass die Menschen für sich in Afrika oder eben auch in Syrien und dem Irak überhaupt keine Lebensperspektive sehen, weil die Regierungen in Afrika ja nicht nur in Libyen versagen, sondern auch in vielen anderen Ländern, Mali, Niger, Senegal, dass es dort eben so aussieht, dass die Leute glauben, es ist besser, das Leben zu riskieren, um zu versuchen, in Europa dann eine Chance zu finden, das eigene Leben aufzubauen. Und das ist natürlich auch ein Problem, was die EU nicht wirklich lösen kann. Aber sie kann natürlich, Frau Redel, zunächst einmal dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Menschen im Mittelmeer ertrinken. Da sagt Frau Merkel erstmal, da genau liegt jetzt erstmal der Fokus drauf, nämlich auf der Rettung der Flüchtlinge. Aber streng genommen ist ja Mare Nostrum, also das Seenotrettungsprogramm, das bisher eigentlich am meisten geholfen hat, nicht wiederbelebt worden. Verhält sich Europa da nicht unglaubwürdig? Ja, Europa verhält sich da unglaubwürdig, weil es den Fokus eben gelegt hat auf ein Problem, was es nicht lösen kann, nämlich, dass die Leute sich auf den Weg machen und viel zu wenig sich darauf konzentriert hat, wie es eben verhindern kann, dass die Menschen dann im Mittelmeer ertrinken. Dagegen helfen dann wirklich nur Schiffe und ein konzentrierter Einsatz, dass man eben die Leute dann entsprechend auch aus dem Meer herausfischt. Nur eine Lösung ist das insgesamt natürlich auch nicht, weil dann muss man eben sehen, wenn man die Menschen auf den Schiffen hat, was dann mit ihnen weiter passieren soll. Und an dem Punkt scheitert Europa da auch gerade an sich selbst, weil die Regierungschefs sich nicht haben einigen können, wie sie denn die Flüchtlinge auf die einzelnen Länder verteilen und wer dann wirklich für was auch zuständig ist. Man zieht sich dann zurück im Zweifel auf dieses Dublin-II-Abkommen, was eben sagt, die Flüchtlinge müssen da bleiben, wo sie als erstes ein europäisches Land betreten haben. Das ist dann eben häufig Italien, aber sowas kann ja auch nicht die Lösung sein. Inzwischen ist es so, dass sehr, sehr viele dieser Menschen dann eben auch nach Deutschland kommen oder nach Schweden. nur man muss dann ja auch als Europäische Union, als eine Gemeinschaft der Europäer versuchen, eine Lösung zu finden, die fair ist, die eben davon ausgeht, dass reichere Länder mehr Flüchtlinge nehmen als ärmere und dass man dann eben da auch sinnvoll mit umgeht und dass man aber insgesamt sowohl von EU-Geldern als auch von nationalen Geldern auch mehr einsetzen muss, um die Flüchtlinge auch versorgen zu können. Aber das Erstaunliche ist ja, dass sich eben tatsächlich viele Länder Europas nach wie vor, vor allem übrigens im Osten Europas, weigern, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Wir wissen, dass mehr als die Hälfte der in Europa ankommenden Flüchtlinge von nur drei Ländern aufgenommen werden, nämlich Deutschland an erster Stelle, gefolgt von Frankreich und Schweden. Frau Merkel will auf dem nächsten Gipfel auf eine solidarischere Verteilung der Flüchtlinge drängen. Glauben Sie, dass sie sich damit durchsetzen wird? Ich fürchte, dass das sehr schwierig werden wird, weil es eben in diesen osteuropäischen Ländern eben sehr, sehr starke Vorbehalte dagegen gibt und die sich, wie man ja auch Herrn Tusk sehr gut anhören konnte, dagegen auf jeden Fall weiter wehren werden. Und da muss man eben wirklich dann auch versuchen, dann vielleicht auch ein paar andere Länder noch stärker mit einzubeziehen. Spanien, Italien, Holland und so weiter. Aber es ist ein schwieriges Thema und ich glaube nicht, dass sich das leicht wird lösen können. Und solange wie die Lage so ist, wie sie nun mal ist, dass eben auch sehr viele in Deutschland ankommen, muss man eben auch in Deutschland sehen, wie man versucht, da ein bisschen schneller und präziser mit umzugehen. Das Problem ist in Deutschland erkannt, die Regierung versucht auch vieles zu tun, aber auf vielen Ebenen tut sie dann eben auch nicht das Richtige, weil ich meine, wenn mehr Flüchtlinge da sind, mehr Asylanträge da sind, dann braucht man auch eine bessere Ausstattung der dafür zuständigen Ämter, die dann schlicht und ergreifend das dann auch schneller abarbeiten können müssen und die Menschen nicht einfach irgendwo in Ankunftslagern halt sitzen und warten und warten und warten und es passiert nichts. Noch ein schnelles Wort, Frau Riedel, zum geplanten verstärkten Kampf gegen Schlepper und ihre Boote mit militärischen Mitteln gegen Flüchtlingsboote. Ist das eigentlich auch mit Blick auf das Völkerrecht eine reelle Option europäischer Politik oder wird das eine leere Drohung bleiben? Man kann das natürlich versuchen. Die Frage ist dann nur, ist das denn dann eine Lösung? Weil wenn die Menschen dann kein Schlepperboot mehr finden, was aufs Mittelmeer hinausfährt, dann heißt es, dass sie eben weiter in der Wüste vor dem Mittelmeer sind und ob es ihnen da dann wirklich besser geht, das ist ja dann auch sehr die Frage. Also das ist so ein bisschen so, dass man sagt, okay, wir verhindern, dass sie eben überhaupt aufs Meer kommen, dann ertrinken sie dann nicht. Aber es ist natürlich überhaupt gar keine Lösung des großen, großen Problems der Menschen, die sich aufmachen. Die Meinung von Donata Riedel vom Handelsblatt in Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch und noch einen schönen Tag. Danke.